Willkommen zurück bei Super Mario 2, oder Doki Doki Panic. Super Mario Bros. 2, natürlich. 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 Nö. Zumindest schon mal drei Münzen. Ich hasse diese Viecher. So, aber wenn ich da oben rein will, brauche ich die. Hm. Nein! Ich soll nicht in den Gegner reinspringen. Oh! Okay. Dann gehe ich halt nicht da rein und schaue, ob ich gerade was weiter kann. Oh! Ah! Oh nein! Oh nee! Muss ich gar nicht darunter, wo die Gegner sind. Okay, wäre egal gewesen. Natürlich. Komm schon! Geh doch durch die Tür, ey! Au! Komm schon! Nein! Oh! Jetzt komme ich nicht an den Stern ran! Ich werde verknüpft. Ah! Moment! So! So! Jetzt aber! Jetzt, wo ich schon fast oben bin! Ich bin! Also, Ach so. Hm. Wow. Da. Oh nein. Das war nicht so schlau. Ah. Ah. Aua. Kuto. Oh. Oh. Ja, ein Leben. Welt 3-1. Der Hintergrund geht ganz schön auf die Augen. Nein! Ach, toll! Ja, klar. Oh, jetzt auch noch der Spinne. Ach so, hoch muss ich. Oh, schneller, 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 schneller. Schneller, 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 schneller. Warum schon? Oh Gott! Ah! Oh, wow! Jetzt sagt sie schon, der fällt runter. Nein! Nein! Och, ja, klar! Ich besiege den die Anspieler noch in seinen letzten Schuss rein. Nein! Hihi! Mein Ton ist sowas. Beg hier! Nein, jetzt ist er gerespawnd! Echt eh, die Spinne da oben! Ja klar! Dreh doch einfach nochmal um! Echt eh, die Spinne da oben! Ja klar! Dreh doch einfach nochmal um! Ach komm schon! Mann, ich dachte, ich bin klein genug dafür. Das hat mir gar nichts gebracht. Ich bin auch echt gespannt, was passiert, wenn ich mein Game Over gehe. Ja, nimm es halt auf, ey! Das konnte man ja auch wissen. Was war das denn jetzt? Äh, was? Na super, da habe ich mir ja die beste Bombe davor ausgesucht. Lauf! Werf die doch! Für was drücke ich denn auf Werfen? Was war das denn jetzt, ey? Na super, da habe ich mir gemacht. Na super, da habe ich mir gedacht. Ah, ich lebe was, Knopf. Ah, oh, ha! Ah, ah! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Natürlich habe ich jetzt ein Herz drauf. Klar. Abgewehrt. Ach komm schon, Bördau. Jawoll. Schon wieder nix. Ich könnte halt mal so ein paar Leben gebrauchen, würde ich sagen. Natürlich ist das Letzte das Ding. Würdest du bitte da reingehen, Mario? Dankeschön. Da kann ich einen Übscher abschauen. Wenn Ihren Sensoren 1 f HER вел im Moment geht. Das, diebuilder hat Gud preach. Was? Nein! Warum? Wie? Jetzt da reingehe, falle ich runter! Au! Ah, aber natürlich Ah, okay Nein Ja, klar Es war vorhin auch schon so weit Was bin ich froh? Oh, wow Oh, wir haben Continuous Für die Welt Ich glaube, meine Begeisterung steht mir ins Gesicht geschrieben So, jetzt gleich rauf Oh, ja, 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 ja Oh, fast Oh, ja, 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 ja Was ist das so beständig? Oh, nein Nein, was war das denn? Oh, nein Bin ich denn da jetzt abgerutscht? Eieieieiei Eieieiei Okay, damit beenden wir den Part von Super Mario Bros. 2. So, ich sage vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.